Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 15. Mai. Erstmal große Entschuldigung, wir hatten gestern kein Geek Talk Daily und ja, das habe ich halt einfach verbockt. Die Übergabe von Martin an mich, ja, verlief von Martin aus einwandfrei, nur ich habe es anscheinend nicht geschnallt, von daher große Sorry. Aber ab heute geht es weiter und heute haben wir dabei Google One, Tinder, Levis, Netflix und Apple. Beginnen tun wir mit Google, denn die haben jetzt das bekannte Google Drive umbenannt und ein bisschen in den Plänen verändert, die man buchen kann. Also Google Drive wird jetzt Google One und dort gibt es 15 GB weiterhin kostenlosen Speicher in der Cloud. Man kann aber auch Abos erstellen, also Speicherplatz abonnieren in der Cloud von 100 GB bis zu sage und schreibe 30 TB. Und das Gute ist, das Ganze lässt sich auch mit einer Familie teilen, also man holt sich einmal Speicherplatz und teilt dann den unterschiedlichen Familienmitgliedern entsprechend ein Budget zu. Das Ganze wird in den kommenden Monaten ausgerollt, fängt natürlich wieder in Amerika an und Ende des Jahres sollte halt jeder dann hier auch Google One haben können. Ich bin gespannt, wann ich es bekomme und mal sehen, ob es dann wirklich einen großen Unterschied macht. Was aber auf jeden Fall, glaube ich, einen großen Unterschied machen wird für viele, die Tinder nutzen, ist ein neues Feature, was Tinder gerade testet und was jetzt bald reinkommen soll. Und zwar ein Lokalisiert, wollte ich jetzt sagen, ein Location-Based Service Feature, also ein Ortsbasiert, basierte Funktion. Klassischerweise Location-Based Services, da fällt mir halt immer Foursquare ein von früher, was ja heute Swarm ist, wo man halt an Orte eincheckt und seine Freunde können sehen, wo man ist. So ähnlich könnt ihr euch das auch bei Tinder vorstellen. Allerdings macht Tinder das automatisch im Hintergrund und gibt euch nicht die Möglichkeit, selber einzuschicken, sondern checkt einfach, wo ihr seid und gebt das anderen potenziellen Matches frei, die dann eventuell euch im echten Leben da treffen könnten. Klingt schon ein bisschen creepy, wird noch creepier, weil es wird nicht angezeigt, wenn man an einem Ort ist, sondern wenn man kurz danach weg ist. Aber je öfter man natürlich an einen Ort geht, desto mehr wird dieser Ort prominent in Tinder Places angezeigt und entsprechend könnte jemand, der sich mit euch treffen will, mit dem ihr eventuell kein Match habt, dann vor Ort sogar versuchen, euch da im echten Leben kennenzulernen. Man kann zwar wohl auch aus diesem Feature rausgehen, aber wie gesagt, das ist noch nicht live, deswegen wissen wir nicht jedes Detail. Es klingt aber schon, ja, ich glaube nicht, dass das sehr populär ist, gerade mit deutschem Datenschutz, aber warten wir mal ab, wann es wirklich da ist und ob es dann wirklich so umgesetzt wird, wie es in dem Artikel bei TechCrunch beschrieben wird. Auch mit Screenshots könnt ihr mal reingucken in den Shownotes. Gehen wir nochmal zurück zu Google. Da hatten wir ja gerade schon mal mit Google Drive bzw. Google One. Google hat noch eine andere Sache am Start und zwar ein Wearables, eine Jeansjacke zusammen mit Levis. Die wurde vor zwei Jahren gezeigt, das hieß damals Project Jacquard und praktischerweise ist es halt eine Jeansjacke, wo am Ärmel unten, an der Maschette einer verlängerten, praktisch ein Kontrollmodus ist, wo man dann mit einem Anruf angehen kann, Notifications oder Musik kontrollieren kann. Das sind jetzt alles nicht so Riesenfeatures, wo man sich fragen muss, will ich das in der Jacke überhaupt haben und ja, jetzt gibt es ein Update, Version 1.2. Die Jacke wird geupdatet, klingt schräg, ist aber so und nun wird Ridesharing integriert. Sprich, man hat ja eine zugehörige App zu der Jacke, was die Jacke zum Teil natürlich ein bisschen absurd führt, aber in der App kann man dann entsprechend einen Lift oder einen Über ordern und die Jacke gibt einem Bescheid, bevor das Fahrzeug bei einem ist. Also drei Minuten vorher und dann nochmal, wenn es wirklich da ist und die Notification kann man dann weder unten am Ärmel wegwischen oder wie man es auch nennen möchte. Klingt ja eher kompliziert und komisch und ist es meiner Meinung nach auch, braucht kein Mensch, aber ja, man sieht, was alles so möglich ist. Was man auch sieht, was möglich ist, das sind Eigenproduktionen bei Netflix und damit haben sie sich ja ganz gut auch abgesetzt und gut platziert im Markt. Und auf einer Convention, also ganz genau gesagt bei der Moffett Necessants Media & Communications Summit in New York, langer, schwieriger Begriff, habe ich noch nie von gehört. Dort war der Chief Content Officer Ted Sarandos von Netflix und hat gesagt, dass sie 85% ihrer Ausgaben in eigene Produktionen stecken möchten, also in Filme und auch in Serien. Und sie haben zur Zeit in der Planung 470 Netflix Originals zwischen jetzt und dem Ende des Jahres und werden dann insgesamt im Katalog bei 1000. Damit sind sie echt auch vorneweg, aber Apple und Amazon haben das natürlich auch erkannt und planen auch aufzuholen. Gucken wir mal, was dabei so alles herumkommt. Und wenn wir schon Apple gerade erwähnt haben, letztes Thema für heute, Apple experimentiert ja auch mit selbstfahrenden Autos in Kalifornien und die hatten letztes Jahr 3, hatten sie Anfang des Jahres 27 und mittlerweile haben sie 55 selbstfahrende Autos registriert in Kalifornien mit der lokalen Verkehrsbehörde und sind damit auf Nummer 2. Sie haben die ehemalige Nummer 2 Waymo überholt, die haben 51 und auf Nummer 1 ist General Motors, die haben 104 Autos im Einsatz. Selbstfahrende Autos bedeutet, sie werden natürlich getestet und die fahren alle nicht komplett alleine, also die fahren schon autonom, aber es ist immer ein Sicherheitsfahrer drin in dem Test, der jederzeit eingreifen kann. Und ja, da sind halt viele Firmen gerade am Testen in Kalifornien. Tesla ist natürlich auch dabei, Toyota, Lyft und ja, Apple, wie gesagt, jetzt auf Nummer 2. Das heißt, eventuell kommt das Apple-Auto schneller, als wir es alle erwartet haben. Ja, und das war es dann auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag, kommt gut in den Tag rein, schönen Arbeitstag, schönen Schultag und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.